ich habe ich schießt doch schon langsamer wollen doch nicht dass ich die idris zu schnell kaputt mache ja aber wir jetzt ja dem sehen können das ist absolut keine große kunst weil die wert sich halt nicht ich kann auch meinetwegen hier direkt vor diesem laser rum gimpen okay vor den dinger muss ich aufpassen die können mich von schotten ja die rager natürlich auch mit der ragan schießt sie nicht mehr die haben wir gerade abgeschossen